Europa-Park-Ust Europa-Park-Ust Europa-Park-Selbstversuch Europa-Park-Ust Europa-Park-Selbstversuch Ob ich den kriege A. Nicht zu schreien und B. Überhaupt zu kameratieren Ich schaue nach euch, ob mir das gelingt oder nicht Dass so eine gute Idee war, ich weiß es ja nicht Halleluja! Ach, scheiße! Das ist verdammt hoch hier Ja, aber ich dachte, ich werde schreien Na, ganz laut ist es nicht Ok, es geht, es geht, es geht Gleich kommt es, Achtung, Achtung Achtung, O Oh, scheiße, 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 scheiße Aaaaaaah Aaaaaah 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 Poseidons Irgendwas ist eine verrückte Mischung zwischen Achterbahn und Wasserbahn. Ich habe noch keine Ahnung, ob mir das gefällt, weil das zum Teil ganz schön styl abgeht. Also wir schauen einfach mal. Ja, das geht schon verdammt steil nach oben, sagt man. Verdammt steil! Nennt sich ein Logo. Scheiße! Oh oh, das Grächen tut es auch noch. Er hat einen Willkwunsch. Warum mache ich so was immer? Weil ich Bock zu habe, ja, genau. Oh Scheiße! Fällt mir jetzt so an, keine Ahnung! Oh, kann ich noch aussteigen? Ich werde streiten wie am Spieß. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf einstellen. Oh ne, die nehmen wir noch alle. Die Hände holen. Oh 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 oh! Oh ok, das war doch harmlos. Das war doch harmlos. Aber ich glaube jetzt kommt es. Ich glaube jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es! Oho oh 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 oh! Oh Gott, jetzt geht es dieses Wasser rein. Oh 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 ohhhhhh! Oh 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 oh... Aber hier ist kein Glückwunsch! Das wäre mich für noch nicht begehrt worden. Alles schreit hier. Von da sind wir gerade gekocht. Hier mal so richtig. Da fahren wir jetzt gleich hoch. Und werden nass oder auch nicht. Das ist der Silberstar, da bin ich jetzt noch nie mitgefahren. Das weiß ich auch noch nicht, ob ich da gerne möchte. Ob ich das möchte, weiß ich noch nicht. Jetzt möchten wir erst mal das hier wieder. Der ist ganz schön schnell. Scheiße. Was hat der? Ich bin voll in die Nebel reingefahren. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Jetzt zur nächsten Bahn. Die nächste Achterbahn. Jetzt sind wir in Atlantis. Ich bin voll in die Nebel reingefahren. So geht das hier hoch. Aufscreen. Oh Gott, das ist schon wieder so hoch hier. Oh Gott, das ist schon wieder so hoch hier. Oh Gott, da geht es jetzt runterläufig. Oh Gott, das war schon ganz schön fies. Oh Gott, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich mach mit Sicherheit die Arme nicht hoch. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, 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 oh